fröhlichen nikolaus und heute habe ich mal wieder tolle sonderangebot von whisky.de als erstes habe ich den tomato in contrast ein toller tolles geschenkpaket die den kontrast zwischen sherry fast lagerung und bourbon fast lagerung darstellt fässer von 1973 77 88 91 2002 und 2006 wurden jeweils in sherry fässern und bourbon fässern gelagert und zeigen jetzt nach sechs jahren lagerung den tollen kontrast was ein sherry fass ausmacht und was ein bourbon fass ausmacht runtergesetzt von 89 90 auf 81 90 als zweites haben wir den abelauer zwölf jahre ein 48 prozentiger nicht kühl gefilterter milder schotte mit zwei tumblern in der geschenkverpackung die ist ideal zum geschenken auch für einsteiger geeignet da so schön wild ist und aus der space side kommt 46 euro und der gesetz 46 euro 90 runtergesetzt auf 43 euro 90 als nächstes habe ich hier den glänfitik rom finish und zwar heißt der reserva rom kask finish ein finish vier monate in kubanischen rum fässern 21 jahre ist er alt und zwar ist das die ausführung mit 43 2 prozent alkohol und nicht mit 40 prozent alkohol und den haben wir runter gesetzt von 168 euro auf 148 euro das sind zwei 20 prozent 20 euro ersparnis und wer da nicht zuschlägt der selbst schuld als nächstes haben wir ein tolles sonderangebot für experten das ist der glenguin 21 jahre und das ist ein echter ja ein echter premium whisky für sherry fans nicht gefärbt und wir haben ihn runter gesetzt von 98 90 auf 89 90 natürlich haben wir unsere rauch fans auch nicht vergessen und für die haben wir ein art weg 10 mit in geschenk verpackung mit art weg ugedal als miniatur und den haben wir runter gesetzt von 46 90 auf 41 90 und als letztes wer es auch rauchig mag richtig intensiv und richtig stark der ist beim lafraic quarter cask richtig aufgehoben der hat 48 prozent richtig bumms dahinter wurde noch in quarter cask also in richtig kleinen fässern gereift und die geben richtig viel holzaroma ab und geben dem malt einen richtig intensiven geschmack runter gesetzt von 36 90 auf 33 90 vielen dank fürs zusehen zu allen flaschen gibt es natürlich videos wer sich da noch ein bisschen genauer darüber informieren will und ja schauen sie bei uns im shop vorbei da gibt es alle videos vielen dank fürs zu sehen und bis zum nächsten mal